ARD Text im Auftrag von Funk Ja dann mach die Tür zu Davon müsste ich sie erstmal bändigen Boah Alter da muss ich sagen da hatte ich ja grad echt richtig mal Puls Leck mich am Arsch Huiuiuiui Eine Sache die ich ja krass finde Tatsächlich Ist halt die Sache Das Jetzt kommts Irgendwie die ganze Zeit das Getreide nicht da bleibt wo das ist Ey warum geht das denn kaputt Das scheiß Getreide Das geht immer von alleine weg Oh nein Hadi Du hast da nicht genug beleuchtet Hadi Das könnte echt sein vielleicht hast du da nicht genug Licht gemacht Vielleicht hast du nicht genug gegen Brammen getan Diese kleine Hure Kinder ne Ist aber zappenduster das schwöre ich dir an Ich war das nicht das war Deine Unfähigkeit Dumm 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 dum Da ist er. Wir haben ihn wieder gesehen. Ich bin der Laserfighter, Hardy, und du bist die Katze. Der ist schon wieder da durchgerannt, der Wichser. Alter, der macht hier alles... Du machst hier Sachen kaputt, Bram. Das ist ja klar, ne. Das ist Griefen. Der hat das Ding offen gemacht. Das ist kein Griefen. Das ist doch kein Griefen, Junge. Komm, man klau auf dein Leben. Doch, doch. Geh den aber nicht, Hardy. Mach deinen Klang. Boah, Junge! Boah, Junge, wie die Karriere hab ich, bitte. Boah, Junge! Da ist er, jetzt hole ich mir den, jetzt hole ich mir den. Jetzt, Hardy, wird gleich eh wieder sterben. Ich bin dabei. Wo ist der hin? Es ist weg! Der ist ins Wasser gesprungen. Der hat sein Ding ausgezogen. Intelligent! Ach, der hat wahrscheinlich auch noch so einen Unterwasser-Atmentrank wahrscheinlich. Da war irgendwas. Da ist er. Wo ist er denn jetzt hin, der Hardy? Ich seh die aber auch nicht. Scheiße. Also ich hab doch in der Konstruktion noch nicht ganz verstanden, Hardy. Ich seh die zwischendurch. Ich seh die zwischendurch. Also das ist jetzt irgendwie nichts. Ach, ja. Alter! Ist er gegeben? Du mieser Wechser. Was? Ich hab nichts gemacht. Was ist passiert? Hey, dafür gibt's bitte, dass du was von die ultimative Rache nächstes Mal geben. Alter, ohne Scheiß. Langsam wird nicht mehr lustig. Was ist denn, Adi? Was hast du denn? Erstmal Sepp mit einbinden. Das ist ja öde. Was machst du denn da von Quatsch? Ach, die bauen hier nur Bullshit. Uh! Sepp macht mich gleich weg! Alter Junge! Da hab ich... Hardy, da bin ich nicht. Da fliegt das Jetpack wieder hoch. Das sieht so witzig aus. Das sieht halt mega witzig aus. Aber das ist halt mega witzig. Ey, Peter, ich hab mal ne Frage. Hast du welche noch von den anderen Tränken? alan strach mit diesem Absatz? Allen... Stefan, da ist so das